Heute geht es wieder auf Glurak-Jagd. Evolution, eins der geilsten Pokémon-Sets, die es gibt in meinen Augen. Und davon machen wir heute einige Booster auf. Wir schauen mal, ob wir heute zumindest einige ziehen. Es gibt ja einige in dem Set, aber ich würde gerne das Classic Glurak ziehen. Let's go! Nein! Barfetch! Direkt ein Porrenta. Okay, das startet schon mal schlecht, würde ich sagen. Noch eins, ja. Gucken wir mal. Vielleicht ziehen wir hier ein schönes Glurak oder eben auch nicht. Eine Mewtwo wäre auch okay. Noch ein Porrenta, Alter! Oh Gott, das ist ein schlechtes Umfeld. Vielleicht sollte ich direkt aufhören. Machen wir noch eins auf. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber diese Packs hier gibt es als digitalen Code in Booster-Packs. Geiles Artwork. Nein! Bevor? Was soll ich für ein Bevor? Ey! Come on! Falls du es erst mal am Start bist, lass mir gerne ein kostenloses Abo da. Hier unten, ja? Gucken wir mal. Ah! Auch schönes Artwork. Oh! Da! Mewtwo! Leider kein Holo-Mewtwo. Gibt es in dem Set nicht. Ich finde das Mewtwo einfach stark, ne? Ist einfach so, muss man sagen. Gut, machen wir mal noch eins auf. Elektek hier auch nochmal. Komm. Garados Reverse. Jo! Jo! Jo, Baby! Da ist Jo! Junge! Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Da ist es. Ey, was? So wenig Packs. Guckt euch das an. Das ist echt nicht häufig, dass so ein Glurack hier gezogen wird. Meine Güte. Geil! Geil, geil, geil. Ja, Leute. Was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen? Komm, war es so schön, machen wir noch ein paar Dinger auf hier. Ja, geil, ne? Lass dafür gerne mal einen Daumen nach oben da. Wäre natürlich krass, wenn wir direkt noch eins ziehen. Aber ich bin jetzt erstmal glücklich. Oh! Lamus ix! Cool! Englura kam mal schon eingesackt. Wie cool ist das denn, Mann? Okay, komm, wünscht mir Glück jetzt. Forenta! Reverse! B-Boar. Okay, komm. Noch eins. Noch eins. Vielleicht eine andere Art. Elektrovalont! Oh! M-Tau-Boss ix, auch cool. Mach noch eins auf. Wer hätte das gedacht? Ja. Da packt die Sucht auf jeden Fall. Gutex, so haben wir schon mal. Horni und! Raichu! Schön! Noch eine Holo. Komm, gib mir noch eine Holo. Das wär's doch jetzt, oder? Komm on. Stami. Mewtwo wäre auch noch ganz geil. Full Art. Dragoran wäre auch cool. Und los! Nido King Holo kann man machen. Kennt ihr das goldene Dragoran? Es sieht auf jeden Fall mega nice aus. Ich mach nochmal ein Pack auf. Bin sehr gespannt. Irgendwas sehen wir hier zum Schluss. Eine Karte und... Schanera Holo! Ey! Der Spree ist nicht schlecht. Ja, einige Holos bis jetzt gezogen. Unter anderem ein Jurak. Come on! Yugong ist nix, welches wir brauchen. Ja, da brauchen wir auf jeden Fall ein paar andere Pokémon. Ist auch wirklich ein schwaches Pokémon. Raichu Reverse! Ah! Nochmal Taubos ix. Beziehungsweise M-Taubos. Ja, ich hab's gesehen. Okay, komm. Und... Ja! No way! Noch eine Glurak! Ähm, Glurak ix! What? What? Meine lieben Freunde! Ja, damit würde ich sagen, haben wir doch schon mal sehr erfolgreich ein paar Evo-Booster-Packs geöffnet, ja? Lasst mir gerne ein kostenloses Abo da, da machen wir noch ein paar Packs auf. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin dankbar. Vielen lieben Dank an den Pokémon-Gott und bis zum nächsten Video.